Das Spiel ist aus. Legen Sie den Kohlrabi zurück. So ein Quatsch, der liegt im Müll. Sie begehen eine Straftat. Denken Sie nach. Sie haben das Gelände umstellt. Für einen scheiß Kohlrabi. Seien Sie vernünftig und legen Sie den Kohlrabi zurück in den Container. Seid ihr wahnsinnig? Findet ihr es besser, Essen verrotten zu lassen, als es aus dem Müll zu retten? Containern ist eine Straftat. Und was, wenn ich ihn einfach esse? Tun Sie es nicht! Ich habe sie hier. Ich brauche nur ein Kommando. Nicht schießen! Zuerst muss der Kohlrabi in Sicherheit gebracht werden. Ich habe Angst. Verpisst euch! Hören Sie! Ich will nur reden. Ich verstehe Sie. Jedes Jahr werden in Deutschland Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen. Während anderswo Menschen verhungern. Bitte nicht. Lassen Sie den Kohlrabi frei. Er gehört dem Supermarkt. Ich weiß, das ist eine kranke Welt. Dieser scheiß Kapitalismus ist wie ein Krebsgeschwür. Und Sie wollen etwas dagegen tun. Ja. Ich habe freie Sicht. Wie heißen Sie? Kohlrabi. Christina. Christina. Was Sie hier tun. Seine Straftat. Das ist nur wer! Ihr Kohlrabi. Danke. Männer, der Kohlrabi, den niemand gegessen hätte, ist wieder im Müll. Ich bin stolz auf euch. Ihr könnt stolz auf euch sein. Eure Frauen können stolz auf euch sein. Hüpp, hüpp! Hurra! Hüpp, hüpp! Hurra! Hüpp, hüpp! Hurra! 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 Hüpp, hüpp!